So, meine lieben Freunde, ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Warum ich deswegen da unten zeige mit der Kamera nicht da draußen mal ein schönes Wetter. Der Grund ist, weil ich euch gerne mal neue Schuhe zeige. Ich möchte zwar das neue Nike Schuhe, original Nike ist das. Haben auch 70 Euro gekostet. Na, ich war nicht teuer. Das habe ich mir diese Reise mal gegönnt zu meinem Geburtstag. Heute. Ja, dann weiß ich es jetzt auch mit dem Video. Obwohl ich euch nur meine Nike Schuhe gezeigt habe. Hinten ist nämlich das Symbol drauf. Bei beiden. Auf der Zunge ist auch das Symbol drauf zu sehen. Ja, jetzt habe ich die Gelegenheit über Schotter. Es kann mit der Schule über Schottern hergehen. Die haben eine gute Qualität, ehrlich gesagt. Das kann man damit allgemein laufen. Auch über Schotter. Ja, und ja. Da wünsche ich euch alle einen schönen Tag noch. Sage bis dann.